Ein privates 5G-Netzwerk wird Ihre Produktions- und Intralogistik-Anwendungen in Ihrer digitalen Fabrik optimal unterstützen. Was brauchen Sie, um es aufzubauen? Ein privates 5G-Netzwerk von Siemens besteht aus dem 5G-Core und dem Radio Access Network, RAN, mit der Central Unit, der Distributed Unit und den Radio Units. Alle diese Komponenten haben im 5G-Netzwerk klar definierte Rollen. Der 5G-Core ist das Gehirn Ihres 5G-Campus-Netzwerks. Er verwaltet das gesamte drahtlose Netzwerk und den Datenverkehr. Das Radio Access Network ist mit dem 5G-Core verbunden. Es wandelt das 5G-Signal um und überträgt es. Es besteht aus drei verschiedenen Komponenten. Erstens die Central Unit. Sie verwaltet alle Geräte im Funknetz. Die zweite Komponente, die Distributed Unit, wandelt die Daten in digitale Funksignale um. Als drittes sind über Glasfaserkabel mehrere Radio Units angebunden. Sie befinden sich auf dem Gelände des Unternehmens und stellen die optimale Verteilung des 5G-Signals auf der Shopfloor-Ebene sicher. Außerdem ermöglichen sie den Empfang des Signals auf 5G-Endgeräten. Dank dieser Infrastruktur können Maschinen im privaten 5G-Netzwerk kommunizieren. Mögliche Anwendungen sind Machine-to-Machine-Kommunikation, Zusammenarbeit mobiler Roboter, Kommunikation in der Intralogistik mit fahrerlosen Transportsystemen, AGVs und Augmented Workers. Eine private 5G-Netzwerk-Infrastruktur von Siemens bietet der Industrie wesentliche Vorteile. Die Daten bleiben immer auf dem Firmengelände und daher privat. Und das Netzwerk lässt sich perfekt auf die Anwendungen abstimmen. Unsere Lösung wurde eigens für OT-Anforderungen entwickelt. Als führender Anbieter von Automatisierungstechnik kennen wir die Industrieanwendungen und ihre jeweiligen Anforderungen. Wir liefern die komplette Lösung. Inklusive Beratung, Installation, Schulung und Service. So funktioniert's. Private Industrial 5G – getestet und industrieerprobt. Copyright Untertitel für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020